So manche Fernbedienung hat so viele Tasten, dass der Überblick schwerfällt. Dazu sind sie oft sehr klein und schlecht beschriftet. Abhilfe schaffen Universalfernbedienungen mit großen, kontrastreichen Tasten für die wichtigsten Funktionen. Fünf Modelle hat die Stiftung Warentest jetzt getestet. Die gewünschten Funktionen werden mit der Originalfernbedienung angelernt. Mit vielen Universalfernbedienungen lassen sich sogar zwei verschiedene Geräte steuern, etwa Fernseher und Stereoanlage. Zum Anlernen wird einfach die Originalfernbedienung Stirn an Stirn gelegt mit der Universalfernsteuerung. Beim Modell von Seki wird dann Taste A oder B gedrückt gehalten und dann gleichzeitig die Pfeil-Runter-Taste gedrückt, bis die entsprechende LED leuchtet. Dann Taste für Taste anlernen. Zunächst die Taste an der Seki drücken, dann die zu übertragende Funktion der Originalfernbedienung. Wichtig! Die Tasten der Originalfernbedienung jeweils eine gute Sekunde gedrückt halten. Sind alle gewünschten Tastfunktionen übertragen, erneut die A- oder B-Taste betätigen. Bei anderen Modellen funktioniert es ähnlich. Hier als zweites Beispiel die Universalfernbedienung von G-Mark. Die 1-2-Taste gedrückt halten und gleichzeitig die Plus-Taste so lange drücken, bis die LED leuchtet. Nun zum Anlernen wieder nacheinander die Taste an der Universalfernsteuerung und an der Originalfernbedienung drücken, bis alle gewünschten Funktionen angelernt sind. Wir beschleunigen hier etwas. Zum Abschluss erneut die 1-2-Taste betätigen. Fertig! Wie die Universalfernbedienungen im Test abgeschnitten haben, unter test.de-fernbedienung.